Schicksal eines Verdingkindes Dieser Teil des Podcasts erzählt die fiktive Geschichte eines Verdingkindes. So oder ähnlich wie hier beschrieben, können sich aber tatsächliche Schicksale zugetragen haben. Meine Mutter hat als Dienstmeitsche in einem Thunerhaushalt gearbeitet. Am freien Sonntag hat sie sich unter die vielen Besucher gemischt, die auf Thun sind gekommen. Für sich die Anbietungen der Schausteller anzuschauen. Dort hat sie dann einen Mann gelernt, der mein Vater hat sollen werden. Sie haben sich ein paar Mal miteinander getroffen. Und als sie gemerkt hat, dass sie schwanger ist, hat sich mein Vater aus dem Staub gemacht. Er war nämlich schon verheiratet und hat selber schon fünf Kinder gehabt. Das hat er meiner Mutter natürlich verheimlichet. Geboren wurde, bin ich nicht zu tun. Meine Mutter hat auf Anraten von ihrer Arbeitgeberin ein Spital ausserhalb des Kantons aufgesucht. Mein Vater ist zwar verpflichtet worden, für mich Unterhaltszahlungen zu leisten. Aber damit war er immer in Verzug. Meine Mutter hat sich unter eine neue Arbeitsstelle gesucht. Und ich war bei ihr geblieben bis ich zwei war. Dann hat meine Mutter Bekanntschaft gemacht mit einem Mann, der sie heiraten wollte. Aber nur, wenn sie ihr unerheiligen Kind, also mich, weggibt. Das hat sie dann noch gemacht und auf die elterliche Gewalt verzichtet. So habe ich einen Vormund bekommen und bin als Pflegekind in eine Familie auf dem Land gegeben worden. An diese frühen Jahre mag ich mich nicht erinnern. Alles, was ich darüber weiss, habe ich erst viel später aus den Archivakten erfahren. Ich habe, rückblickend, nicht den Eindruck, dass ich dort schlechter behandelt bin worden als die lieblichen Kinder der Familie. Der Pflegevater war Dorfschmied und hat ein gewisses Ansehen genossen. Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind mit dem Geruch nach verbranntem Horn verbunden. Was entstanden ist, weil die Bauern ihre Rosse die Schmiede zum Beschlag gebracht haben. Die Pflegemutter war gut zu mir. Ich durfte mit den Kindern der Familie spielen, die selbst Spielsachen hatten, die man mir zu Weihnachten geschenkt hat. Als ich acht Jahre alt wurde, ist meine Pflegemutter schwer erkrankt. Sie musste sich in die Kur begeben und der Pflegevater hat eine Hauselterin eingestellt. Das ist eine Zeit lang so gegangen. Aber irgendwie mussten meine Pflegeeltern doch zum Schluss kommen, dass sie mich nicht behalten wollen. So bin ich in eine andere Gemeinde und an einen anderen Platz gekommen. Diesmal zu einem Bauern. Dort war das Verhältnis ganz anders. Von den lieblichen Kindern bin ich ferngehalten worden. Ich musste mit dem Knecht oder der Magd in der Küche essen. Mein Bett war unter dem Dach, was im Winter bitterkalt und im Sommer heiss und stickig war. Niemand hat mich mit Namen angesprochen. Ich war einfach nur der Junge. Und ich war auch mehr Arbeitskraft als Familienmitglied. Die Kinder des Bauern mussten zwar auch helfen, aber die dreckige und harte Arbeit, die hat mir mir zugewiesen. Und nie hat man mir dafür gedankt. Dafür, dass ich so streng arbeiten musste, habe ich zu wenig zu essen bekommen. Ich war immer hungrig. Am Abend bin ich dann halt halb in den Roststall geschlichen und an den Rost den Hafer aus der Krippe gestohlen. Oder ich habe Härtöpfel gegessen, wo man eigentlich den Soi hat verfüttert. Der Hof ist abgelegen gewesen. Ausser der Schule habe ich keine anderen Kinder gesehen. Der Lehrer hat Kleb verteilt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er uns für deine Kinder, es hat mehrere in der Klasse gehabt, schlechter behandelt hat als die anderen Kinder. Wahrscheinlich hat er sich in die Säcke gearbeitet. Aber dazu hat er die Nachbargemeinde in die Schule müssen, wo wir Hausaufgaben machen. Das ist für den Meister nicht in Frage gekommen. Er wollte mich ja zum Arbeiten einsetzen. Dann bin ich halt weiter in die Primarschule. Es hat Tage gegeben, da hat man mich nicht in die Schule geschickt, weil es auf dem Hof zu viel zu tun hat gegeben. Der Lehrer hat aber nicht gefragt, wo ich sei geblieben. Ich habe die Arbeit nicht zur Zufriedenheit des Meisters erledigt, hat es Schläge abgesetzt. Die haben wehgetan. Aber noch mehr wehgetan hat mir zu Hause weh, nach meiner ernährsten Pflegefamilie. Nie ist jemand von der Behörde auf den Hof gekommen, um nach mir zu schauen, wie es mir geht. Ich war ganz allein auf mich gestellt. Und das war das Schlimmste. Niemand hat mir Zuneigung geschenkt. Niemand hat sich interessiert für mich. Ich war einfach Befehlsempfänger, der mich nach Belieben für die Arbeit einsetzen und bestrafen konnte. Die Meisterin ist mir seltsam fremd geblieben. Die Freizeit hatte ich keine. Meine einzige Verschnaufpause war der Weg in die Käserei, am Morgen vor der Schule und am Abend. Ich bin mit dem Hundegspan runter ins Dorf gefahren und neben dem Hund wieder zum Hof zurückgelaufen. Der Hund hat mich gerne gehabt und ich ihn auch. Mit 16 bin ich konfirmiert worden und mein Vormund, den, den ich vorher kaum gesehen habe, weil man mich jeweils wegschickt hat, wenn er vorbeikam, hat für mich eine Lehrstelle gesucht. Es war ein grosses Glück, dass ich den Gärtnerberuf lernen konnte. So fand ich später eine Stelle. Vertrauen, um Menschen aufzubauen, ist mir das Leben lang schwergefallen. Meine Mutter habe ich nie mehr gesehen. Als ich Einsicht in meine Akten bekam, war sie schon längst gestorben. Ich will meine Akten mit dir. Einfaches Lass, fühlt. welk-Die, die, den, Und dann ist er das